servus liebe world of warcraft freunde willkommen zurück zu einem neuen video auf meinem kanal wir gucken uns heute an was ihr in dieser id wieder so alles tun und lassen könnt oder auch nicht macht was ihr wollt weekly reset heißt dieses format und ich würde sagen wir starten auch ohne umschweife direkt rein es sind ein paar neuerungen oder zumindest eine große neuerung dabei mittel im handelsposten aber auch eine kleine quality of life änderung die gucken uns direkt als erstes einmal mir die sehr sehr gut gefällt und zwar müsst ihr zukünftig für die quest zu dem oder für den katalysator müsst ihr nicht mehr nach ganz hier hinten scheppern nach tür holt sondern ihr könnt die jetzt ganz einfach auch annehmen hier neben der volt ich habe die jetzt schon gehabt weil ich die auf einem twink angenommen habe okay scheinbar resettet das nicht wenn man sie wieder abgibt warum auch immer also hier taucht sie jetzt wieder auf aber nichtsdestotrotz wir können mal kurz re loggen vielleicht hilft das das hat blizzard geändert zu diesem reset dass dann da wenn ihr die quest nicht habt ein händler steht der sie euch dann gibt vielleicht habe ich damit gerade einen kleinen bug entdeckt dass das noch nicht resettet ihr die quest wieder abbrecht da ist er nämlich okay also scheint ein bug zu sein da könnt ihr die dann einfach ganz wieder an ganz einfach wieder annehmen und wie ihr gerade gesehen habt wenn ihr die quest abbrecht müsst ihr scheinbar erstmal re loggen bevor er sie wieder annehmen könnt dazu diese woche der ganze standard krams den wir sonst auch haben macht eine jagd macht die belagerung der drachenflug festung macht hier unten wenn ihr wollt das gemeinschaftliche fest mal wird haben wir noch habe ich irgendwas vergessen ich glaube nicht das sind so die wichtigsten punkte dann haben wir natürlich wieder eine weekly quest heft dem abkommen da müsst ihr eine jagd für abschließen damit ihr am ende hier die quest abschließen könnt mit den ruf boni und dem ganzen drum und dran also lohnt es sich zumindest eine jagd in dieser woche zu machen dann hier der herr von den harten draconiden gibt uns die quest gewinnt vier schlachtfeld partien das hängt mit dem bonus ereignis zusammen zeichen der schlachtziele und siege auf schlachtfeldern erhalten ehre um 50 prozent erhöht also über bgs könnt ihr in dieser woche ziemlich gut ehre farmen wenn ihr das denn wollt dazu haben wir dann halt hier wieder dungeon quest azur blaue gewölbe die sind beide wieder in derselben ini lohnt sich also tatsächlich anzunehmen die könnt ihr auch im mythisch plus abschließen das ist nicht so verkehrt und dann haben wir hier drin wieder funken des lebens in den ebenen von onara die sturmboge quest ihr kennt das ganze spiel dann auf das neue event bin ich ja auch schon eingegangen hier da ist jetzt auch der world boss liscarnoth den könnt ihr diese woche machen aber wenn ihr im temporalen konflux durch dieses portal geht ist jetzt dann auch dieser zorn des sturms diese primalisten zukunft wo ihr auch dieses event abschließen könnt wofür es dann diese essenzen des sturms gibt dadurch kann man dann jetzt auch trinkets und so weiter kaufen also das ist auch noch eine möglichkeit was sie in dieser woche so zu tun haben können wie gesagt world boss liscarnoth den haben wir uns auch schon ein paar mal angeguckt ich denke das wird jetzt dann auch zu langweilig wenn wir das immer und immer wieder machen ebenfalls weiterhin relativ wichtig meiner meinung nach macht eure berufs weekly quests hier angefangen mit zeigt euren eifer wo ihr kostenlosen eifer des handwerkers oben drauf bekommt natürlich die quests unterscheiden sich je nachdem welchen beruf ihr gerade habt aber nichtsdestotrotz es lohnt sich die dinger zu machen nicht nur dass man eifer und ruf beim handwerker konsortium und so weiter und so fort bekommen man kriegt halt auch diese notizen wodurch man skill punkte in seinem beruf bekommt und ich würde sagen die sind schon relativ wichtig apropos skill punkte im beruf ab sonntag da werde ich aber noch mal ein explizit oder eigenes video für machen macht der dunkelmond jahrmarkt wieder auf und da könnt ihr einmalig wenn der auf hat ebenfalls berufsquests abschließen die euch skill punkte geben also richtige skill punkte die hier dann und gleichzeitig dieses berufs knowledge also die lohnt sich durchaus zu machen habe ich schon mal ein video zugebracht aber da es noch relativ frisch ist dieses feature werden wir das ganze dann auch noch mal machen genauso mondfest endet nächste woche dienstag hat man auch ein guide zu wenn ihr da noch erfolge items oder sonst was braucht haltet euch ran und dafür beginnt nächste woche liebe liegt in der luft mein jährlicher farm nach der liebesrakete geht wieder los da gucken wir uns dann auch extra ein video nochmal zu an wenn es dann soweit ist aber da dürft ihr euch schon mal drauf freuen sammelt acht krümrinde toll ich habe nur vier das ist auch wie immer der wöchentliche hitweis wenn ihr hier nicht genug beziehungsweise es gibt wenn ihr einen sammelberuf habt halt immer eine weekly quest sammelt xy von dem und dem zeugs und den kram könnt ihr euch halt auch ganz einfach im auktionshaus kaufen wichtig ist nur achtet darauf dass ihr die mindestqualität einhaltet hier der will silberne krümrinde haben oder rang 2 krümrinde nennen es wie ihr wollt und den fehler habe ich nämlich schon mal gemacht dass ich die falsche qualität gekauft habe muss man natürlich nicht machen aber ich bin faul daher mache ich das genau und wir gucken mal auf den ruf beim handwerker konsortium da müsste jetzt auch bei 2100 fehlen noch bis zum ehrfürchtig dann gibt es noch diese eine quest wo wir was von mobs sammeln müssen die wurden ja wesentlich angenehmer gestaltet von blizzard also ich sag mal so es lohnt sich diesen ganzen krams inzwischen abzuschließen bringt euch einfach vorteile wenn ihr aber sagt okay die berufe sind mir komplett wurst dann lasst es einfach links liegen pvp rauferei haben wir tempel von hot mogu da könnt ihr euch zusätzlich noch ein bisschen ehre ehren abzeichen da poppt eine quest auf wenn ihr da drin seid könnt ihr euch verdienen ich finde die dinger immer ganz lustig und mythisch plus haben wir noch da haben wir diese woche die affixe tyrannisch brushaft und bebend ich würde sagen für mili ist eine ätzende woche aber alles in allem vergleich zu ich weiß nicht den letzten zwei drei wochen dürften es die einfachsten affixe sein auch wenn es tyrannical ist als ranged dd schrägstrich heiler solltet ihr damit ganz gut klarkommen würde ich mal sagen so sachen wie hier innovationsmaschine das war ja schon letzte woche fertig da hat sich nichts geändert genauso wenig wie lfr oder sonstiger kram da ist jetzt mittlerweile alles freigeschaltet deswegen gehen wir jetzt da nicht noch mal gesondert drauf ein aber wir gucken noch mal dünnschlinger kraulock hat man letzte woche also da gibt es diese woche nicht zu holen und auch die nächsten paar wochen nicht im dalaran von litschen haben wir immer noch die quest teuflische fragmente archäologie die ist jetzt eigentlich nur relevant wenn ihr da so ein meter erfolg sammeln wollt sage ich ja auch jede woche da gibt es immer im zweiwöchentlichen rhythmus neue quests wodurch ja auch unter anderem mounts ergattern könnt aber das item was es da jetzt gibt es einfach nur ein graues was ihr für 50 gold verkaufen könnt ist wie gesagt eigentlich nur relevant für den meter erfolg wo man von diesen ganzen two by weekly quests items sammeln muss so und dann das große neue feature dieser woche dieser dieses ja februar start ist der handelsposten den ihr besuchen könnt der allerdings verbuggt ist aktuell beziehungsweise hat blizzard geschrieben dass sie dieses gerät erst mal deaktiviert haben steht in ogrema und sturmwind ihr kriegt direkt mal wenn ihr besitzer einer version von dragonflight seit 500 dieser händler devisen für lau obendrauf also das ist ja die neue währung des handelspostens also da nicht wundern theoretisch wenn ihr dann diese quest abgeben könnt bekommt ihr einmal im monat nochmal 500 obendrauf einfach nur fürs einloggen beziehungsweise quest abgeben und dann seht ihr ja gibt es hier aufgaben die ihr machen könnt um maximal auf 1000 punkte im monat zu kommen da sind teilweise aufgaben dabei die brauchen etwas länger zum beispiel besiegt 25 schlachtzugsbosse oder 50 dungeonbosse oder 10 handwerksauftrage erfüllen 30 quests abschließen 5 m plus dungeons das sind so sachen denke ich die ja kriegt man im laufe der zeit allerdings gibt es auch welche die sind relativ einfach zu sammeln zum beispiel hier verwendet leckerlis für glückliche haustiere wenn ihr die noch am start habt ist jetzt nicht so super schwer oder zeigt dem handelsposten etwas liebe händler des der handelsposten eure liebe gezeigt dann nehmt ihr einfach hier die die dudes ins target und gibt slash liebe ein und dann müsst ihr nur drauf achten hier haben wir ist das die kleiderpuppe slash liebe müssen wir mal schauen jo das hat geklappt breit hier das handelsposten ist eure liebe gezeigt dann nehmen wir das ding slash liebe und jetzt müsst ihr irgendwo noch so ein also hier stehen die na reittiere jetzt müsste man nur hier irgendwo läuft hier irgendwo ein kleines pet rum das ist das das ist das wir probieren es einfach slash liebe das geklappt nö cool wo ist hier das haustier das sind noch haustiere oder nicht da muss ich sie streicheln ne das reicht auch nicht also irgendwo hier muss jetzt noch so ein kleines haustier rum springen dem wir slash love zeigen schrägstrich sagen können und dafür gibt es dann auch nochmal äh was oben drauf was aber zum beispiel auch sehr sehr einfach geht ist hier dieses liebe liegt in der luft verwendet kupidos ruhestein auf den drachen inseln wenn ihr den schon habt habt ihr natürlich glück ich bin mir jetzt nur nicht sicher ähm ob das nur während des liebe liegt in der luft fest geht oder jetzt auch vorher deswegen testen wir das jetzt einfach mal aus äh ansonsten achso steht auch dran ich idiot verwendet in der zeit vom 6.2. bis zum 20.2. kupidos ruhestein auf den drachen inseln aber wenn ihr den schon habt easy verdiente 150 flocken äh da drunter gibt es hier auch noch was bei spezial den drachen aspekten etwas liebe zeigen äh auch das sehr sehr einfach wenn ihr eure berufsweeklies macht da gibt es eine aufgabe zwei dieser sammelquests abzuschließen für 100 punkte also ich sag mal so es gibt ein paar sachen die sind schwierig es gibt ein paar sachen die sind super einfach und 200 punkte kriegt ihr schon mal automatisch mit so zack und da seht ihr es zeigt den drachen aspekten eure liebe ich habe sie alle geliebt jetzt und hier dieses wenn ihr alle optionalen geschichtsstränge abgeschlossen habt habt ihr auch schon mal 200 punkte äh ergattern können also ja sagen wir wie es ist ich würde jetzt mal behaupten ähm es gibt sachen die lohnen sich zu machen äh wenn ihr mit dem aha viel handelt ist das mit den 5000 gold glaube ich auch relativ easy ähm aber es gibt sachen da würde ich sagen das lohnt sich jetzt nicht wirklich ähm aber es sollen ja auch sachen sein die den ganzen monat beschäftigen und so wie ich das richtig sehe bekommt ihr in diesem monat äh wenn ihr diese 1000 punkte voll gemacht habt ein mount aschada herold der morgendämmerung und dafür würde ich schon sagen das lohnt sich das zu machen das ding sieht ziemlich sexy aus also sehr sehr cooles mount damit sind wir durch für diese woche ich bin es sowieso ich hoffe äh es hat euch wie immer gefallen und aber das zum beispiel das ist was 15 dungeons auf mythisch plus also nur für die 200 punkte würde ich mich da jetzt nicht dran setzen wenn ich die sowieso mach okay aber es geht schneller 25 raidbosse zu besiegen als 15 mythisch plus dungeons zu machen zumindest mit der richtigen gruppe wobei man auch da sagen muss 25 schlachzugsbosse kann man halt nicht nur mit aktuellen füllen also selbst wenn ich normal hc und mythisch gehe komme ich erst auf 24 aktuelle bosse aber ihr könnt soweit ich das weiß mit alten bossen füllen da ist man dann da halt auch wieder ein bisschen schneller dran nun ja wie dem auch sei damit danke an euch fürs zusehen lasst ja gerne ein like und ein abo da wenn euch das video gefallen hat und ich würde sagen bis zum nächsten video habt eine gute zeit reingehauen bis zum nächsten video bis zum nächsten video Bis zum nächsten Mal.